Ich habe den Kopfball von Enes gefeiert, das 2-0. Und durch die Tormusik, ja gut, in dem Moment komplett abgeschaltet, wollte zurück in mein Tor laufen und einen Schluck trinken. Der Nauber köpft den Ball zum Torwart zurück und ich warte, wo er bleibt. Er war nicht da und ich sehe, wie er dann einen Schluck aus der Flasche nimmt. Ich habe das noch nie erlebt. Im letzten Moment schreien die Fans dann, dreh dich um, dreh dich um. Aber dann war es ja schon zu spät. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.